Hallo, Ralf Tütetek hier mit einem neuen Video. Ja, heute nichts zu Filmen, nichts zu Musik und nichts zu Hörspielen. Und zwar heute was zu Büchern. Ich wollte euch heute mal alle meine Stephen King Bücher zeigen. Ich habe von Stephen King ein Taschenbuch. Der Werewolf von Tarka Mills. Das ist einmal dieses Taschenbuch hier. Aus dem Basta-Libbe Verlag. Das ist einmal das von Stephen King. Ja, das habe ich als Taschenbuch. Dann habe ich von Stephen King Nachtschicht. Das ist einmal das hier. Und zwar, das sind Kurzgeschichten von Stephen King. Hier ist einmal der Inhalt. Also das sind die ganzen Geschichten, die in diesem Buch drin sind. So, dann habe ich noch von Stephen King Friedhof der Kuscheltiere. Das ist einmal dieses Buch hier. Und dann habe ich noch von Stephen King das Buch Sie, was ich erst vor kurzem gelesen habe. Das ist einmal dieses Buch. Ja gut, kurzes Video. Und das sind alle Bücher, die ich von Stephen King habe. Und ja, wenn euch mein Content gefällt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren oder eine positive Bewertung gelassen oder beides. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Video.